ein audi a6 steht hier zum verkauf der schwarze kombi hat fünf türen und bietet fünf sitzplätze der kilometerstand des autos liegt bei unter 135.000 kilometern die erstanmeldung war anfang 2011 der kombi verfügt über zahlreiche ausstattungsdetails wie esp xenon scheinwerfer isofix kindersitz befestigung navigationssystem partikelfilter und vieles mehr unter der haube gibt der sparsame diesel eine leistung von 170 ps an ein schaltgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei nur 5,8 metern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir beantworten gerne ihre fragen